Kennt ihr den genauen Wortlaut des augustäischen Prinzips? Die Prinzipii, die allgemeinen Rechtsprechung, sind nicht nur kategorisch, sondern auch oder umgekehrt oder beides oder 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 oder. Durchgefallen. Für die Leidenschaft auf Sturm und Drack. Ein Poet? Das hab ich auch mal geglaubt. Aber sonst niemand. Ich weigere mich, dieses lächerliche Geschreibsel weiter zu finanzieren. Ist ja grauenhaft. Da ist er von der Beerdigung, Herr Stimmung. Entschuldige Sie, mein Vater. Aber es steht Ihnen. Was? Rot. Ich bin Johann. Johann Goethe. Ganz wahr mein Herz an deiner Seite. Und jeder Atemzug für dich. Wär das jetzt nicht der Augenblick? Welcher Augenblick? Der hin, dem sie mich küssen. Du scheinst dem Gerichtsrat zu gefallen, mein Kind. Der gefällt dir sicher auch. Du wirst Herrn Goethe nicht wiedersehen. Ohne sie kann ich nicht leben. Es ist die Liebe, die die Welt im Inneren zusammenhält. Du wirst. 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 Du wirst.